Dieses Video wird präsentiert von TopTables. Ich begrüße euch herzlich zu diesem Video, in welchem ich euch Pioneers of Pagonia, das neue Spiel von Siedlererfinder Volker Wertig, vorstellen möchte. Als ich in den 90er Jahren meinen ersten eigenen PC bekam, hat mich unter anderem ein Spiel für unzählige Stunden vor dem Bildschirm fesseln können. Siedler 3 zog mich mit seinem Spielprinzip und dem Wuselfaktor sofort in seinen Bann und als ich hörte, dass nach den eher unterwältigenden Fortsetzungen einen geistigen Nachfolger vom Erfinder der Reihe geben wird, konnte meine Vorfreude kaum größer sein. Pioneers of Pagonia ist ein Aufbausimulationsspiel, das euch auf die fantastischen Inseln von Pagonia entführt, die jedes Mal neu und zufällig generiert werden. Ihr beginnt mit einem Schiff, das an einer Küste anlegt und müsst euch eine Siedlung aufbauen, die eure Bedürfnisse erfüllt. Dabei könnt ihr mehr als 40 verschiedene Gebäude errichten und über 70 verschiedene Waren produzieren und verwalten und weitverzweigte Produktionsketten aufbauen. Ihr könnt eure Wirtschaft kreativ gestalten und eure Siedlung nach euren Vorstellungen anpassen. Doch Pioneers of Pagonia ist nicht nur ein reines Aufbauspiel, es ist auch ein Spiel der Erkundung, Entdeckung und Wiedervereinigung. Die Inseln von Pagonia sind voller Geheimnisse, die es enthüllen gilt. Ihr könnt die Landschaft erkunden, neue Ressourcen finden, Ruinen erforschen und Schätze bergen. Außen werdet ihr auf die einheimischen Völker treffen, die euch entweder freundlich oder feindlich gesinnt sind. Ihr könnt mit ihnen Bündnisse schließen, Handel betreiben oder Krieg führen. Aber ihr müsst auch auf Banditen und Wildkreaturen aufpassen, die eure Siedlung bedrohen können. Volker Wertig, der Erfinder der Siedler-Serie, hat sich mit seinem Team von Vision Entertainment das Ziel gesetzt, ein Spiel zu schaffen, das den Charme und das Gewusel der klassischen Siedler-Spiele wiederbelebt. Dabei wollen sie aber auch neue Elemente einführen, die das Spiel frisch und abwechslungsreich machen. Sie wollen auch die Community in den Entwicklungsprozess einbeziehen und auf das Feedback der Spiele hören. Ich konnte das Spiel bereits auf der Gamescom mit einer früheren Entwicklungsversion anspielen und war absolut begeistert. Ich habe mich direkt in die glorreiche Zeit von Siedler 3 zurückversetzt gefühlt und die Zeit verging wie im Fluge. Zum Glück dauert es nicht lange, bis zur nächsten Gelegenheit nach Pagonia zurückzukehren. Nach der Closed Alpha Ende September startet Pioneers of Pagonia am 13. September in den Early Access bei Steam und wird noch in viele Features und Inhalte erweitert werden. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch selbst mit der öffentlichen Demo verschaffen, welcher Montag, dem 2. Oktober startet. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren und euch mit anderen zukünftigen Pagoniern austauschen wollt, schaut doch mal auf dem Discord-Server zum Spiel vorbei. Dort könnt ihr auch direkt Feedback hinterlassen und die neuesten Infos direkt vom Team des Entwicklerstudios beziehen. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass ich wie schon damals bei Siedler wieder unzählige Stunden mit dem Spiel verbringen werde und lasse euch ein Video von an meinen Erlebnissen in Pagonia teilhaben. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch genauso sehr auf Pioneers of Pagonia wie ich. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal und bleibt wuselig! Euch hat das Video gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und falls noch nicht geschehen, abonniert doch gerne den Kanal. Außerdem könnt ihr auch gerne mal auf meine Social-Media-Kanäle schauen. Und wenn euch nach Gemeinschaft ist, schaut gerne auf unseren Discord-Server vorbei und tretet mit vielen anderen Menschen in Kontakt. Die Links dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann! Bis zum nächsten Mal.